Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute vernichten wir diese Philips TLD 14 Watt 840 Made in China. Die ist ein bisschen kaputt, denn die macht überhaupt gar kein Licht mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir überlasten die mal. Deswegen dreht die erstmal ein. Hier angeschlossen. Steckdose. Und dann drehen wir nicht lange den heißen Brei. Ich bringe das nochmal schön hin, dass man schön alles sehen kann. Ihr wollt ja auch was sehen von der Lampe. So. Ich hoffe von der Sicht her. Ich hoffe von der Sicht her geht das so ganz gut. Schießen wir los. Ups. Ah ja. So. Schießen wir auch schon direkt los. Das war's wohl. Und was die andere Seite noch sagt. Einmal aufblitzen können wir die auch noch lassen. Ja, dann hoffe ich hat mir ein Video gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr noch mehr von diesen EOLs sehen wollt. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal.